Servus meine Lieben, Willkommen im Galaxy Gate Tunnel of Terror und ich finde es einfach nur gerade geil. Pascal kommt nicht rein, das finde ich überhaupt nicht geil und Lordakia, das finde ich auch geil. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Neues Halloween-Event hier und da und es gibt so viel und die Aliens sehen so massig genial aus und Kamikaze und Tschüss, ein Lordakia lebt noch, 4, 6, 4. Yo! Ach, da kommen schon die nächsten. Lordakia. Ja, alles klar, ich hoffe, das wird, äh, ja, ich hoffe, das wird's noch. Ja, ich bin gerade mit dem Richard in einer Gruppe, der meine Videos guckt, was er gerade geschenkt hat, folgt mich natürlich, dass du das tust. Pascal, freutest du bestimmt auch. Ich habe heute mein CSGO-Video hochgeladen, was von ein paar Leuten gewünscht war. Ich hoffe, ihr nehmt es so auf, dass ihr es versteht, warum CSGO und nicht Dark Orbit und es ist auch nicht egal. Und wieso kommen da jetzt noch mehr und was ist hier eigentlich los? Ja, ich bin sehr gespannt, was hier losgeht, was hier abgeht. Es gibt Drohnen-Designs zu kaufen, man kann es machen, man kann es lassen. Für 12,99 Euro. Im Payment kann man es kaufen, auf 100.000. Ritium, im Dings und so, noch andere wahrscheinlich. Ja, ich überschlage mich mal wieder, aber es ist immer so, wenn es was Neues gibt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, wenn ich mich überschlage, habe ich nämlich auch immer Spaß. Hahaha, das ist auch unlogisch. Glaube ich. Ich könnte meine Munition mal umschalten. So, kein Nix mehr. So, ich jump gleich weiter, ne? Handel of Terror. Bum, bum, bum. Ist das nicht, dass du nach jeder Relle irgendwie so ne Kiste da bekommst? Habe ich nicht gesehen. Habe ich nichts gesehen, ey. Ich habe einen 10% Schadensbooster gerade, die kriege ich von dem Boss-Ordakian. Oh, da kommt ein Island-Hunless-Fee da hinten, ein Angeschissen. Eine Dämonen-Drohne. Riss X4, du Arsch. Bum. One-Hit. Ups. Haha, ups. Es gibt natürlich wieder zu den Event-Missionen auch, ähm, äh, Quatsch, zu dem Event gibt's natürlich auch Missionen. Und ich habe das Drohnen-Design-Reaper erhalten gerade. Ja, guck an, Alter, was kriege ich? Gar nichts, weil ich verpackt bin. Ich hoffe, der, ähm, Support sieht das jetzt hier. Ja, und fasst euch mal in die Nase, Support, das klingt das mit Mann, das kann ich nicht machen. Ja? Das macht man mit meinen Leuten, nämlich nicht sowas. Ey, ich bin einfach so bitter. Das ist so bitter. Ja, das ist wirklich, ey, das ist voll gemein, vor allem. Das Gate scheint zu funktionieren. Lock dich mal komplett aus und dann wieder ein. Tue ich die ganze Zeit. Alles klar, dann habe ich nichts gesagt, tut mir leid. Ich wechsle Hangar halt. Es tut mir leid. Ich versuch das. Ja. Ähm. So, nächsten Viecher kommen. Welter 11, Alter, das Drohnen-Design-Reaper, das kriegst du, wenn du die Viecher hast, wenn die kommen, ne? Musst du das einsammeln von denen. Ja, dahinten kommen Bosmodorne, die Viecher sind so unsädlich langsam, das glaubst du nicht, Alter. Aber es sieht so unglaublich geil aus. Es tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das immer wieder so sagen muss, wie es gerade ist, aber es sieht unglaublich geil aus. Danke. Es tut mir wirklich leid, aber es ist so. Entschuldige mich hier, Alter, was soll das? Was geht? Ich denke, heute Morgen irgendwann gab es den ganzen Scheiß noch nicht. Da gab es nur irgendwie im Shop halt die Drohnen-Designs und so weiter. Und die ganzen Resten gab es noch nicht. Und die kommen einfach nicht rein, das ist jetzt hier einfach nicht. Ich denke, das wird schon neuer, dass ihr den Krieg so reinkommen kannst, weil das ist, was keiner von mir vorstellt. Ey, ich weiß nicht, kann einfach gar nicht spielen. Jetzt ist es hier. So, hier sind auch alle weggetreten, jetzt 10% Damage-Booster ist natürlich richtig nice, ne? Ab gestern übrigens noch aus den 10 Keys vom Ceta oder so, hatte ich noch ein LF-4 bekommen. Nice, Alter. Das ist nice. LF-4 ist immer nice. Ja, ich habe gestern und so die letzten Tage, falls ihr euch fragt, was ich hier nicht gemacht habe, und Pascal vielleicht auch, ich habe Postory gesuchtet. Werde ich nachher auch wieder tun. Und wenn ihr ein Video mal davon haben wollt, sagt nur Bescheid, ne? Wie, Postory sucht, Alter, was kommt denn? Ich bin drin, das ist drin. Nice, Alter. Dann ab in das Gate, Alter. Ich bin, ich bin im Gage. Nein. Okay. Direkt. Nice, Alter. Darfst nur nicht vergessen, das Broden-Design aufzusammeln. Ach, jetzt kommen hier Devo-Larium und Co. Dann haben wir einfach direkt alles. Ich habe gerade ein Devo gesehen hinter mir. Ich habe die Quest angenommen, schließt ihr das Galaxy-Gate-Tuddel-Office? Ich auch. Glaub ich auch. Okay, im Chat bin ich eben hier rausgestimmt. Oh, bumm. Möchtest du in der Gruppe bei mir dann? Ja. Alles klar, warte mal. Das ist gut. Ich bin mit Weechat noch in einer Gruppe. Ich hoffe, das stört dich nicht. Okay, next. Das werdet ihr in den nächsten Videos bestimmt bei den Halloween-Equests sehen, Alter. Jetzt ist das natürlich wieder geil, ne? Das kriegst du auch. Die Viecher bringen sogar mehr, ne? Das weiß ich nicht. Ja, an Zeug. Ich weiß, dass es ein Galaxy-Gate für Low ist. Also sprich, es ist einfach ein geschenktes Galaxy-Gate und das freut mich so. Weil Dark Orbit ist ja sonst so, nicht, dass sie Sachen schenken. Aber in letzter Zeit bin ich halt positiv überrascht von den Leuten. von Großpunkt, Big Point. Übermordone. Nice. Mach X3 Schaden, 34.000. Komm schon, mach mal. 35.000, Alter, was geht. 36.000. Oha. 44, 47, 43, mit X4, 48.000, 46.000, 46.000, Alter, was geht. Jo, Freunde. Ich hoffe, der Augenblick hat euch jetzt erst mal gereicht, oder? Nein, in das sechs Minuten hat euch natürlich nicht gereicht. Wir wollen weitermachen. Jo. Hier geht's raus und da geht's weiter. Das Galaxy-Gate steht auf dem X4, sprich also 2414 oder 34. Es sieht aus wie das Zeta-Gate. Ja. Voll Genital, Digge. Vielleicht gleich das Video heute, Alter. Ich glaube, da mach ich meine Arte-Strufe drauf, Alter. Das mach ich auch meine Arte-Strufe, das ist so. Aber Leute, da kommen ja noch mehr, Alter. Oh, da kommt wieder so ein Drohnen-Ding. Hey, hey, da hinten. Dämonen-Drohne. Oh, One-Hit. Du hast das Drohnen-Design-Repair erhalten. Danke sehr. Jetzt kommen ganz viele Devularien. Ich hab irgendeinen Booster bekommen. So, warte mal. Fett. Amikaze, okay? So, Bohrer gegen die Devos und einen einzigen Zero, Alter. Ja, ich weiß nicht, Alter. Das sieht richtig genial aus, so wie die Viecher aussehen, ne? Die Taschenlampe ist neu. Ja, die Taschenlampe sowieso, aber wie die Viecher aussehen, ist auch richtig geil. Irgendwie dieser Boss, keine Ahnung, wie das die Scheiß, dieser, äh, was man da beschwören kann, oder so, soll ja irgendwie 52 Millionen EP bringen, oder so. Machen wir mal sehen. Wenn dem wirklich so ist, werden die Zuschauer das morgen erfahren. Ja, das finden wir im nächsten Video, weil ich denke nicht, dass ich das Geld in 10 Minuten schaffe, hier. Ich muss mir, denke ich, auch die Proben nochmal schicken. Ich habe ein volles Skylab, aber jetzt, äh, halt, nur noch 50.000 Schüsse der Proben auf meinen Klacken, kleinen Kacklasern, ne? Ja, bei mir dauert das noch etwa eine Woche, dann habe ich, äh, auch dicke Laser, endlich. Nice, nice, dicke, nice. Pet, du kannst gerne mitschießen, ein faules Stück. Natürlich wieder, äh, in diesem Gate hier, wie man an den HP und Co. sieht. Wer die Falter hat, benutze sie bitte. Ach ja. Geht viel schneller, wenn du die großen Aliens hattest. Oh, ist das irgendwie, oh, One-Hit. Ja. Dronendesign musst du einsammeln, dann. Demon. Ich habe Reaper zwei Stück jetzt. Ich weiß nicht, welches das ist, ich werde es mir dann angucken, jetzt, wenn ich rausspringe aus dem Gate und ich ihn drauf mache. Oder ich bleibe am besten im Gate, wer weiß, was sonst passiert. Oh, man kann das Ding alle 24 Stunden machen, ne? Was? Ja. Habe ich jetzt, nein, nein, wie, ich bin. Ja, heute Nacht, Alter. Das sind die Nachtschwärme, die wissen auch nicht, Alter. Ja, Hummel ist dann. Achso, ja, Hummel weiß doch nicht. Ja, das war einfach noch nicht da. Ich glaube, ja, erst irgendwie vor einer Stunde oder so. Ich wäre erst vor zwei Stunden aufgestanden, Alter, was geht. Urlaub, vor allem. Urlaub, Ferien. Für mich ist es Urlaub, weil ich eine Ausbildung habe. Weißt du? Auch, weil ich. Naja. Ich habe eine Ausbildung, eine schulische zwar, aber ich habe eine Ausbildung, die ich verdammt noch mal bezahlen muss und nicht mal Geld dafür kriege. Ja, es gibt auch solche armen Menschen wie mich. Ja, aber immerhin. Dafür gibt es ja nur noch Ferien. Das ist schön. Ich habe zwar noch kein eigenes Einkommen, was das angeht, aber immerhin. Autofahren kann ich trotzdem. Ohne dass Mama und Papa unterstützen, ein bisschen Lüge. So wie früher, ne, wenn wir es mal angefangen haben. Es waren noch Zeiten. Vor dem Krieg, Alter. Auf dem Krieg, Alter. Vor dem Krieg, so. Was kommt da? Post Devos. Achso. Post Devos. Guten Morgen. Du bist auch noch in der Aufnahme drin und ich beende diese Aufnahme und jetzt danke, dass ihr dabei wart und ciao.